Jo meine Freunde, viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, hä, warum kann ich die Demo nicht mehr herunterladen? Ja, da gab es einen kleinen internen Fehler, der jetzt ausgebessert wird. Ihr könnt die Demo dann im Laufe des Tages über Steam downloaden und dann werde ich heute Abend einen Stream dazu veranstalten. Wird cool und ihr könnt den euch dann auch auf YouTube anschauen und dann würde ich sagen, ich hoffe wir sehen uns im Stream wieder, macht's gut, ciao.